Hallo und herzlich willkommen, liebe HiFi- und HiEnd-Freunde. Mein Name ist Stefan Gellrich vom SG-Akustik HiFi-Studio in Karlsruhe. Heute möchte ich Ihnen einen HiEnd-Lautsprecher der Extraklasse vorstellen, nämlich die neue Quadral Aurum Vulcan 8R. Viel Spaß damit! Die Firma Quadral ist ja eine der traditionell und legendären Lautsprecherfirmen in der deutschen HiFi-Landschaft. Seit über 30 Jahren werden hier HiEnd-Lautsprecher produziert, von denen vor allen Dingen die Titan, die Vulkan und auch andere Gottheiten bereits zur Legende geworden sind. Hier jetzt vorliegend in der achten Generation als Aurum Vulcan 8R. Das R steht für Sascha Reckert, das ist der Chefentwickler von Quadral, der hier einen neuen Wind in die Firma gebracht hat, der aus der Studiotechnik kommt und somit die Quadral-Lautsprecher hier um tolle Entwicklungen bereichert. So eben auch bei der Vulcan, die hier nochmal zu ganz neuer Blüte kommt, in dem hier verschiedene Modifikationen dran vorgenommen worden sind. Die Vulcan ist wie die anderen Aurum-Modelle komplett in Deutschland gefertigt. Die Gehäuse sind sehr, sehr aufwendig gebaut. Wir haben keine parallelen Wände. Wenn man das hier von der Seite zum Beispiel beleuchtet, dann sieht man, dass die Wände alle leicht schräg sind und das hat auch seinen Grund. Das hilft nämlich gegen stehende Wellen, die ja sonst nur Resonanzen erzeugen und verstärken, die hier gar nicht auftreten sollen. Verschiedene Kammern und Versteifungen sorgen dafür, dass die Gehäuse also auch extrem stabil sind. Fangen wir vielleicht mit der Abstimmung und der Konstruktion im Bass an. Da haben wir zwei 210 mm Treiber aus Altima. Altima ist das Membranmaterial, ist nämlich eine Legierung aus Aluminium, Titan und Magnesium. Sehr, sehr leicht, mit sehr hoher Dämpfung, guter Kühlung und enormer Belastbarkeit, sodass ich hier auch im Bassbereich sehr langhubige Chassis einsetzen kann, die dann in der Wiedergabe richtig Spaß machen. Diese besser arbeiten auf ein Bassreflex-Druckkammergehäuse. Man sieht das auch hier auf der Rückseite eine riesige Bassreflexöffnung, perfekt abgestimmt, die hier in ganz, ganz tiefen Lagen, aber auch im Oberbass in der Lage ist, richtig Druck zu machen. Der Mitteltoner, 170 mm, ist aus dem gleichen Membranmaterial gefertigt, arbeitet hier auch auf eine eigene Kammer mit einem eigenen Volumen und deckt somit den Mitteltonbereich ab, der oben dann abgelöst wird von dem Bändchen. Das Bändchen ist ein wirkliches, echtes Bändchen mit einer sehr, sehr leichten Aluminium-Membran, also nicht einfach nur die Optik wie ein Bändchen und da drinnen steckt eigentlich ein dynamischer Treiber. Das ist ein wirklich kleiner Flächenstrahler, der für höchste Verzerrungsarmut sorgt und von der Bandbreite her bis 65 Kilohertz sauber und verzerrungsfrei hier läuft. Die Bändchen, wie auch die Mitteltoner, sind aus der großen Schwester, der legendären Titan, übernommen und werden eben hier auch in der Vulkan eingesetzt. Die Frequenz war hier extrem aufwendig und nochmal mit besseren Bauteilen bestückt als vorher. Auch von der Abstimmung haben wir hier einige Modifikationen, die Sascha Reckert da vorgenommen hat. Der ganze Lautsprecher ist verkabelt mit Real-Cable-Kabeln, also extrem sauerstofffreiem, kupfergefertigte High-End-Kabel, die hier eingesetzt werden. Wir sehen auch die Anschlüsse, zu denen wir gleich nochmal kommen, sehr, sehr hochwertig. Unbedingt den Lautsprecher auf Spikes stellen, die auch mitgeliefert werden. Der Lautsprecher ist sehr schwer und sollte völlig wackelfrei aufgestellt werden, damit die volle Energie hier auch abgestrahlt werden kann. Hier sehen wir die Vulkan mit ihrer mitgelieferten Abdeckung. Kann man auch sehr leicht abnehmen. Dann sieht man die Technik in ihrer vollen Pracht. Die Abdeckung hält magnetisch, sodass ich auch keine weiteren Öffnungen an der Front habe. Hier sehen wir die Rückseite von der Vulkan 8 unten am Terminal. Sehr aufwendiges Terminal. Sehr schön auf einer Aluminiumplatte eingeschraubt und ins Gehäuse eingelassen, was nicht nur gut aussieht, ist auch sehr, sehr stabil. Ganz wichtig hier die Pegelanpassung für den Hochtöner. Die Vulkan ist recht aufstellungsunkritisch. Sie kann durch die hohe Gehäusegüte und die Präzision recht wandnah stehen. Optimal ist vielleicht so ein halber Meter bis ein Meter von der Wand weg. Ganz leicht angewinkelt hat sich als optimal herausgestellt. Und je nach Bedämpfung von dem Raum kann ich hier entweder 2 dB im Minus noch einstellen oder 2 dB plus im Hochtonpegel, sodass sich das Ganze perfekt anpasst. Die Terminals, im Moment sind hier die Brücken drin, wie man sieht, die den Hochtonbereich mit dem Bassbereich verbinden. Das würde man jetzt als Single Wiring auch so anschließen, optimalerweise mit Bananensteckern. Wenn ich hier B-Wiring oder B-Amping machen möchte, dann nehme ich die Brücken einfach raus und schließe den Hochtonbereich und den Bassbereich separat mit eigenen Kabeln an. Ich kann dafür auch natürlich zwei verschiedene Endstufen verwenden. Dann ist das echtes B-Amping, was klanglich auch durchaus hier nochmal starke Vorteile bringen kann. Die Vulkan 8R tritt in die Fußstapfen ihrer legendären Vorfahren. Hier wurde ein Lautsprecher geschaffen, der komplett in Deutschland handgefertigt wird. Sie ist fantastisch verarbeitet, in verschiedenen Oberflächen erhältlich. Sieht man hier nochmal kurz eingeblendet. Sowohl Furniere sind dabei, als auch Lackoberflächen, die sich in jeden Wohnraum fantastisch integrieren lassen. Klanglich ist hier ein großer Wurf gelungen, der sich perfekt eignet, um wirklich Musik zu erleben. Das ist high-end in Reinkultur. Kaum ein anderer Lautsprecher schafft es, eine derartige Basswiedergabe in den Hörraum zu zaubern und gepaart mit dem fantastischen Bändchen, was mit extrem starken Neodymmagneten ausgestattet nicht nur enorme Pegel kann, sondern auch richtig feinsinnig und feinzeichnend klingen kann, so das Gänsehaut hier in jedem Fall garantiert ist. Ja, das war es auch schon, liebe HiFi- und High-End-Freunde mit der Vulkan 8R. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie sind auch das nächste Mal wieder dabei, wenn wir hier einen High-End-Lautsprecher oder eine HiFi-Komponente vorstellen. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020